Soll ich weiter für die Stream? Soll ich weiter für die Stream? Ja, ich guck bei Skilla mit, genau. Aber ich wollte dir nur sagen, ich seh alles, was du machst, ne? Ja, ja, ich weiß. Kein Problem damit. Da hab ich dann immer so detzent weggeguckt und spucken, so, bist du wieder drin? Okay, danke. Ist das viel los? Oh, tot ist Adi. Okay. Was ist gerade passiert, das meint so jetzt? Das war echt krassig, gerade. Ich bin mal nicht gestorben zuerst, hey. Adi ist vielleicht seit maximal 10 Sekunden tot. Wo denn? Wo weiß ich nicht. Bei Electrical. Bei Electrical wo? Ich glaube, ich kann Wolle safen. Er war relativ unten und ich hab noch eigentlich den ganzen Exenken. Ich bin mir sicher, also mein Ablauf war, ich bin runtergegangen, war bei Lifetime, da war Lisa, sie hat mich umbringen können. Dann bin ich runter zum Wasser abfüllen, habe dort Adrian gesehen, aber ich hab leider niemand anderen gesehen. Ich weiß nicht, wer bist du, wer gerade redet. Wolle. Wolle. Achso, ja. Ich sag, dass du auf jeden Fall nicht bist. Okay, okay, okay. Ich kann nicht sagen, dass du auf jeden Fall nicht bist, weil es gibt ja zwei Impostor. Fact. Aber, ja. Okay, ich kann auch sagen, dass Redan und ich gerade die ganze Zeit im Labor waren und ich mich vor ihr in seinen Augen gescannt, aber nur ganz kurz auch nochmal am Rande. Okay. Ich hab nichts gesehen, ich hab Adrian nach oben laufen sehen, aber das war schon vor 23 Sekunden. Ich war direkt auf der Leiche. Okay. Sas? Okay, ne? Maybe self-report? Gute Ausrede. Also warte, wer ist jetzt im Visier? Ich. Warum? Tom ist reportet. Also Henni und Tom sind auf der Leiche, oder was? Ja. Ja, ich bin dann auf der Leiche. Ja. Jester, Jester-Vibe. Ganz, ganz schlimme Jester-Vibe. Ja, ja, ja. Nein, nein, ich bin kein Jester. Nein, nein. Doch, Junge, Teufelsaugenbrauen. Ich bin mit Henni unten gerade eigentlich, bei diesem... Nein, ich bin nicht unten mit dir. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen, Daniel. Henni war nicht auf der Leiche. Nein, er war nicht auf der Leiche. Also ich war mit Henni jetzt gerade unten, als er reportet wurde, dass er... Ist mir wohl gerade weggelaufen, oder wie? Ich war komplett alleine, wo ich die Leiche gefunden hab, also... Aha, Hendrik? Gut, also... Ja, eigentlich... Eigentlich hab ich Tomaufi da gerade gesehen. Echt? Ja, ich stand direkt auf dir. Na, halt, come on, ne. Also, vielleicht Tomaufi und Hendrik. Es geht genauso weiter wie vorhin. Na, weil wenn die beiden kosten, dann kommen sie doch nicht beide. Außer es ist falsch. Ja. Was passiert hier? Was ist los? Chaos, Lu. Chaos passiert hier. Hilfe. Du spürst nicht hinauf, sonst bist du das nächste wieder dran. Boah, Wolle. Du bist so schnell, Alter. Das ist das Kostüm. Das ist das LSD-Kostüm. 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 Das war's. Dann wollte mich hier noch beim Scan unterbrechen, Mann, was soll denn das? Sorry, Rehlein war unten vor Office, linker Ausgang. Ich könnte, maybe, also das ist reine Vermutung, Matze gewesen sein, ich war nämlich in Camps und dann ist er unten aus O2 rausgelaufen, also er könnte auf dem Weg gewesen sein, nur eine Vermutung. Ähm, Lu war dieser Kill definitiv nicht, sie war oben und die anderen dazu kann ich nichts sagen. Wie hast du denn eigentlich da einen Raum, wo es in der Mitte so hoch ist, wo so Raketen drinsteht? Ich hab da erstmal ewig versucht gegen die Zäune zu laufen, weil ich nicht gewusst habe, dass er da nicht durch kann. Äh, Weapons? Na, keine Ahnung, na, egal. Nee, ganz oben, wo die Rakete ist. Achso. Die Map ist, ich kann die Map einfach nicht. Du musst uns hier lernen. Und wie gesagt, war, wo ich, also, ich mein, klar ist jetzt was, wenn ich so selbst verteidige, aber im Endeffekt, äh, ihr wisst, dass ich einfach in der Map immer nur lost bin, ich bin ja vorher hat Daniel die ganze Zeit hinterher gelernt, obwohl ich nicht war. Warum verteidigst du dich grad so krass? Ich hab nur gesagt, dass es maybe sein könnte. Ja, ich sag nur allgemein, ich sag, okay, vortet mich, okay. Du verteidigst, Junge, du verteidigst dich grad viel zu viel, warum? Okay, vortet mich, vortet mich. Also, ich war oben rechts bei diesem Scanner und bin dann diesen ganzen Weg nach unten gegangen. Und das ist echt schwer, wenn man drunk ist, muss ich sagen. Das ist irgendwie beschissen. Deswegen pimmel ich einfach nur. Und du sagst, du bist oben rechts gewesen? Ja, ich bin, nee, jetzt gerade nicht. Als sie reportet wurde, war ich schon unten, aber ich bin ganz auf der rechten oberen Seite dann nach unten gegangen. Also, ich hab dich nicht gesehen, tatsächlich. Warum hab ich dich grad in den Camps gesehen? Wo sind die Camps? Oben links. Nee, das bin ich nicht. Da muss irgendwer meinen Dings angenommen haben oder so. Ich bin unten rechts mit irgendwem anderen gewesen, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich stand unten rechts auf jeden Fall noch mit. Wir beide, ja. Mit irgendwem stand ich dann auch unten rechts. Ja, unten rechts. Und ich war bisher in dem gesamten Spiel noch nicht einmal oben links. Noch nicht einmal. Ich hab mal ne Frage, ich war in den Camps und dann hab ich irgendeinen Charakter gesehen, der mir grau angezeigt worden ist und kein Name. Wie kommt das? Ja, das ist eine Fähigkeit von einem Imposter, der halt mal zehn Sekunden lang sich alle Blobs machen kann, dass niemand erkannt wird. Das hast du wahrscheinlich grad dann genau gesehen. Also, das wird dann irgendein Imposter gewesen sein, ja. Hm. Hm, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ah, schon wieder. Schick. Übrigens, wenn ihr tot seid, bitte auch die Tasks zu Ende machen. Oh, ich hab Angst. Stimmt aber auch keiner. Was ist da los? Was passiert hier? Tatzen die alle? Ein bisschen Schiss. Was ist hier los? Okay, 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 okay. Okay, okay. Hier? Hä? Gibt's keine... Was ist das denn hier los? Wir hocken alle auf einen Haufen. Deswegen geh ich jetzt. Was passiert hier? Hä? Okay. Ähm, Tomaufi, du vor meinen Augen, du warst zusammen, also Lisa und ich kamen zum Büro, du warst da schon drin, Lisa stellt sich da neben dich und ich warte draußen, guck zu, weil ich mit Lisa rumlaufen möchte. Und dann wird auch das einmal alles klar. Ich glaub, ich hab dich aber vorher gesehen, Tomaufi, wie du und Lisa umgebracht hast gerade. Ähm, Tomaufi, das tut mir jetzt wirklich leid, denn ich war, ich hab gesehen, dass du genau da standest und Lisa genau dann zu dir kam. In dem Moment bin ich runter zu atmen und das, wenn du das so sagst, dann muss sie zu 100% Recht haben. Aber Tomaufi war bei mir oben im Dropship. Nein, war er definitiv nicht. Nein, war er definitiv nicht. Wenn du das jetzt so sagst, Hendrik, dann ist Hendrik jetzt der andere Impostor, wenn er ihn so deckt, dann haben wir die bei ehrlich... Ist ja ganz ehrlich meine Meinung, ich glaub, Hendrik ist Jester und zwar zu 90% Recht. Nein, ich bin kein Jester. Matze, 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 Matze kann sein, aber alle bitte Tomaufi wählen. Derjenige, der wahrscheinlich nicht Tomaufi wählen wird, ist Hendrik. Den können wir dann auch nach Hause proben. Aber wenn ich mal... Nein, nein, Jester, nicht raus. Ja, ja, nee, bitte nicht. Ja, du bist ein Jester, ich bin ganz normal. Nein, ich bin wirklich Jester. Ich bin wirklich Jester, ich bin jetzt auch schon wieder zu sparen. Fuck you, ich bin wirklich Jester. Wenn du wirklich... Moppy, das war halt einfach bad-timing, ja. Das war ein bisschen ungünstig, tut mir leid. Du hast es versucht, noch in Grauen zu wandeln, aber ich hab dich schon gesehen. Wenn Matze sich gut anstellt. Hat das jetzt gestimmt oder nicht? Wissen wir noch nicht. Ich müsste ich gewonnen haben. Aber ich bin ziemlich zu sagen. Äh, Antrieb laden. Mir Quatsch haben wir ihn gemacht. Du kannst auf Tab gehen und da siehst du deine ganzen Ausrufezeichen, die du machen musst. Wie viel nicht gesehen werden. Was passiert denn hier? Ja, darum geht's mir nicht. Ich bin Phantom. Ich würde gern selber gewinnen. Tja. Nein, bitte nicht. Hör auf! Ja, hoff... Ein Glück! Vorhin konnte ich durch Wände gehen. Nein, schaff ich nicht mehr. Es sind so wenige Sachen. Ja, aber es sind noch super wenige Aufgaben nur noch. Das schaff ich nicht mehr. Und es ist schon wieder einer tot, also... Mach ich nicht. Kann ich auch gar nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will ja nicht, dass das Spiel vorbeigeht. Ich will ja jetzt meine Aufgaben machen. Das wusstest du vorher aber nicht. Nein, erst wenn ich tot bin. Ähm, ich war's nicht neben dem Lavasieder, aber die muss schon so relativ am Anfang tot sein, weil ich war mal bei dem Herzscanner. Und da war relativ am Anfang, äh, Orange schon mal tot. Also, nicht relativ am Anfang, also sprich, sie ist so mindestens 30 Sekunden tot oder 20 Sekunden, ach, keiner, gibt kein Zeitgefühl. Dann, dass das dann selbst warst, denn ich habe dich um diese Zeit, die du gerade eben beschrieben hast, ähm, mit Uplay zusammen beim Lavasee gesehen. Wo ist denn der Lavasee? Der Lavasee! Der Lavasee! Meine Güte! Ich hätte früher sterben müssen, dann hätte ich das Ding noch gemacht. Ja, ich kann sagen, muss ich sagen, aber ich sag so, wie es ist. Ich war... Ich hasse mich. Nein, wenn ich sterbe, ja. Ich bin... Ja, halt. Der Herzscanner halt. Was bei Life. Also, ich sag mal so, Henni ist safe, Jester. Ich und Lu sind die ganze Zeit rumgelaufen zum Dritten. Ich bin jetzt normales Crewmate. Mit Henni, weil wir, äh, wahrscheinlich schon mit unserem Task fertig sind. Naja, bin ich mal alles. Entweder Wolle oder Watzle. Äh, äh, Wolle. Leute, Wolle habe ich übrigens gerade vom Lavasee wegrennen sehen. Wen hast du wegrennen? Er ist mir gerade entgegengekommen vorhin. Wer? Wer? Ich habe gerade Wolle vom Lavasee entgegenkommen sehen. Ich bin gerade aus dem Lab rausgekommen, da ist er mir in der Tür entgegengekommen. Das kann zu 100% ich sein, denn ich war gerade in der, wie heißt es, in der... Äh, hier hinten, wo du war, unter Life, äh, unter Health, also wo man sich kennt, in der Schleuse war ich. Und was du gerade sagst, das kann gerade gar nicht sein, außerdem, ich weiß jetzt auch warum ich so extrem schnell bin. Ich bin Crewmate und hab diesen Flash drin. Ja. Das kann ja jeder haben, das kann auch der Imposter haben. Ja. Und ich wollte sagen, du bist der Imposter, ne? Okay, also, das sagst du gerade und wir alle, also zumindest Lucan, bezeugen wir uns nicht wahr. Ja ja, obwohl der Matze eigentlich... Wer sagt jetzt, dass wir miteinander rumrennen? Naja, also Walla und ich, und er hatte mich schon die ganze Zeit killen können. Er hat er nicht immer an. Okay, Hendrik ist zu 100% ich... Du musst jetzt sterben! Ich bin kein Jester, das sind doch kein Scheiß. Okay, angenommen, er wird wirklich kein Jester und macht das so auf auffällig, obwohl er Imposter ist, so auf dir. Ich bin ein Jester, Sheena, damit ist er mit Voten. Oh, das ist böse. Das wünscht keiner. Also, ich würde jetzt erstmal Hendrik rauswählen. Dann ist er aber, wenn er aber wirklich Jester ist, dann ist er tot, dann haben wir alle tot, ihr wisst das nicht mehr. Ich bin kein Jester. Ach so. Wer auch immer jetzt den Voten hat. Das ist ja eben, deswegen hat ihn nicht Hendrik gehabt. Aber Glück gehabt. Keiner Besache. Oh Gott. Ähm. Okay, jetzt mach ich das Spiel an und versucht das Ding noch zu gewinnen und dann verwirre ich alle. Irgendwer macht die Task halt auch nicht. Ja. Das finde ich übrigens richtig scheiße von euch, ne? Also ihr müsst schon die Task zu Ende machen. Nein, ich laufe. Ich kann auch nicht. Das ist echt nervig. Hä, warum kann ich... Scheiße. Ich sehe nichts. Ich bin... Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ne. Warum bin ich jetzt ein Geist? Jetzt kannst du dich ja. Warum bin ich jetzt ein Geist? Ach so, Lou hat mich angetippt. Oh man, die ist ja gemein. Nein. Jetzt sehe ich die Aufgaben wieder. Jetzt sehe ich die Aufgaben wieder. Mann. Ich wollte das gewinnen als... Mann. Nur Verständnisfrage. Also das ist jetzt nur weil ich halt komplett irritiert bin. Also es ist möglich, Chester und gleichzeitig Imposter zu sein. Nein, nein. Du wirst entweder Jester oder Imposter. Oder Crewmate. Das Ding ist, Hendrik ist safe, Imposter oder Jester. Ich bin kein Jester und kein Imposter. Ich bin ein ganz normales Crewmate. Wieso glaubt mir denn niemand? Also Crewmate glaube ich dir definitiv nicht, weil du mich beschuldigt hast, obwohl du das Gegenteil bezeugen kannst. Wollen wir wetten? Ich hätte gedacht, dass du wirklich da stehen würdest. Ach, come on. Es ist so dumm. Wenn du Impost... Du bist Imposter oder Jester. Das hast du mir so immer die entweder ausgewoten oder nicht ausgewoten. Ich hab versucht zu laufen. Das ist doch richtig im Gegensatz. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Das ist doch nicht normal. Daniel, tut mir leid, ich hab dich gewartet. Ich hab keine Ahnung, warum. Das macht mir mein Bauchgefühl. Ich wette, es ist Wolle. Der hat die ganze Zeit schon so komischen Schiss gelabert. Wir sind so auf dem falschen Pfad. Das ist so crazy. Das ist so cool. Was hab ich denn für'n Schiss gelabert? Ich hab's dir ja nur Fucken von mir gegeben. Ich hab dich doch vorhin gesehen, als du vom Labersee gekommen bist. Weil die sich alle gegenseitig versuchen gerade umzubringen und machte halt nichts machen. Ich glaub einfach, Henni ist wirklich ein Jester oder ein Imposter. Weil die Sache ist die, dass es deine AMX-Stimme ist. Den höre ich doch raus, Henni. Ich hab ja seinen Tirolsch immer noch. Wenn du mir wieder sagst, dann wüsst du dich mit deinen Treist wickigen alle irgendwo hinter meiner Insel dran und baust dich deine Base auf. Das ist auch so cool. Ich glaub nicht. Ich bin alle zusammen auf einem hoffen hin. Jetzt mal ganz unter uns. Ich bin wirklich Crewmate. Das ist ja ein Bär. Das ist ja ein Bär. Das ist ja ein Bär. Also bist du hier hinterher. Also wenn wir als Asozial spielen wollen, dann bleiben wir alle zusammen. Und geben dem Imposter keine Chance, jemanden zu töten. Das ist aber dumm, weil, ich mein, klar, das hast du ganz am Anfang vor Among Us gemacht, aber da ist ja das, wenn du zusammenbleibst und einer wird killt, dann hast du ja gar keinen Plan mehr, weil im Endeffekt jeder auf dem Haufer sah. Ja, das ist aber auch schon scheiße, wenn alle zusammenbleiben. Das ist schon ein bisschen Asi im Imposter gegenüber. Ja, ja. Würde halt wirklich als Crewmate. Würde irgendwer seine Tasks machen und dann hätten wir schon gewonnen. Schon lange. Noch mal an alle, ob ihr tot oder lebendig seid, ihr müsst eure Tasks zu Ende machen. Das ist wichtig. Ich wollte gerade sagen, nee, du mach mal. Ich würde Daniel sagen, Daniel hängt immer ganz schön an. Ja, schon seit Uplay auch spielt. Das stimmt. Und ihr seht, ich bin absolutes Crewmate. Kann auch sein, dass er jetzt grad Megaspeed macht. Würde ich auch sagen, wenn ich Imposter oder Ander-Zweitig was wäre. Ausgeglichen. Boah, das ist heiß. Oh nein. Was ist denn hier los? Wie kann denn das? Das ist doch... Das ist einmal Chaos. Ey, ich bin von der Katze und ich bin auch gleichzeitig Flash-Crewmate. Überhaupt nicht, Sas. Ich check grad nicht, wo meine Aufgaben sind. Ja, ich muss jetzt doppelt Aufgaben machen. Ich war ja schon voll lange fertig. Das ist halt ein bisschen nervig. Das habe ich alles schon mal gemacht. Oh, das war grad crazy gut. Ja, aber trotzdem, ich kann da nichts downloaden. Die Aufgabe existiert nicht. Hä? Sie wird mir nur da angezeigt. Also wenn es jetzt daran liegt, dass Tasks nicht fertig sind, wegen der Sache, kann ich nichts machen. Guck mal nach, wo die da sein könnten. Nee, guck mal, mir wird ja, mir wird ja die Aufgabe im Communications angezeigt. In Comms kannst du kein Download machen. Das könnte jetzt, obwohl, es war Licht aus, es war Licht aus. Das könnte jetzt mega spannend werden. Und Lu ist tot. Ja, und ich kann es nicht gewesen sein, Daniel ist nicht mehr gelaufen. Oh, Mats, das sieht schlecht aus. Denn ich habe gesehen, wie Hendrik und Daniel in den, also zusammen beim Lavasee zusammen rumgelaufen sind. Und ich war in den Camps. Er kann sich noch rausreden. Ja, vielleicht war ich es aber auch doch. Hä? Oh, mach das. Gut, Handy, schließen wir schon mal aus. Also ich bin jetzt, also wenn ihr beide zusammen wart und Lu in der Zeit gestorben ist, dann muss es Mats gewesen sein, denn ihr habt gesehen, dass einer in den Camps war. Und das war ich. Äh, eigentlich war ich in den Camps. Alter, Henny, jetzt erzähl dir, dass er in den Camps war. Warum sagst du jetzt was in den Camps? Wirst du mich verarschen? Eine Kamera, die blinkt dann rot, oder ist halt rot, wenn du dann... Junge, der Hendrik, Hendrik ist so 100% Chester. Das ist klar. Du bist ein normales Kluppel, du bist Chester, Junge. Und Mats ist der Imposter. Jungs, er zählt wirklich einfach nur Müll. Oder sie sind Lover und möchte nicht, dass Mats stirbt. Ähm, aber letztendlich, Wolle kann safe nicht... Okay, ja, okay, wird das mit auch so. Okay, ich sag gar nichts mehr. Aber ich sag ganz ehrlich, Wolle war ja oben. Nee, Hendrik... Für mich ist Daniel, für mich ist Daniel einfach. Nee, das Problem ist, jetzt wird es wieder ein Unentschieden, denn Mats wird mich voten und Hendrik... Ja, ich hab voll recht, ja. Nein, und Hendrik wird mich voten, deswegen wird es wieder ein Unentschieden... Oh, doch nicht. Okay. Ja, sag ihr doch. Hendrik, ey... Was warst du genau? Wir haben Backe gehabt bei uns, glaube ich. Hendrik, ach, was? Ihr habt kein Backe gehabt. So cool, ey. Warum zählst du so viel Müll? Das ist unglaublich, ja. Oh Gott. Oh Gott.